Kamasutra-Opa Danke, Jan, stimmt, ist ja schon wieder Advent. Hermine musste amüsiert grinsen. Opa Jan aus Tönning hatte ein Geheimnis, von dem nur er und Hermine Ohlesen wussten. Sie hatte ihn irgendwann einmal durch ihren Laden schleichen sehen. Zuerst in der Ecke mit den Sachbüchern, dann in der Ecke mit den Liebesromanen und dann in der Ecke mit den Ratgebern und man merkte ihm an, dass er nicht zufrieden war. Sein Blick schweifte suchend durch den Rest des Ladens und schließlich nahm er sich ein Herz und ging auf Hermine zu. Sagen Sie mal, junge Frau, ich suche da was. Ja, das habe ich mir schon gedacht, so wie Sie hier durch die Buchhandlung schleichen. Was genau suchen Sie denn? Ja, ein Buch. Ach, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja, ich meine, das ist so ein ganz bestimmtes, das ist mir jetzt auch ein bisschen peinlich. Ich mache das ja kaum aussprechen. Also, nun mal keine Panik, ich bin für meine Kunden fast sowas wie Notar, Arzt und Pfarrer zusammen. Das, was Sie mir erzählen, das bleibt absolut unter uns. Also wissen Sie, ich bekomme Besuch an Weihnachten von einer Frau. Wir haben uns bei bauernelite.de kennengelernt und wir chatten jetzt schon so ein paar Wochen. Ist auch ganz schön, aber jetzt will Elise zu Weihnachten zu mir auf den Hof kommen und ich hatte gedacht, die nimmt die Einladung gar nicht ernst. Das ist doch schön, dass sie kommt. Sind Sie nicht so allein über die Feiertage und jetzt suchen Sie ein Buch für Ihre neue Bekanntschaft? Ja, nee, nicht für Sie, für mich. Ich meine, eigentlich für uns beide. Wissen Sie, Frau Ullesen, oder darf ich Hermine an Sie sagen, wo wir uns doch jetzt schon so vertraut sind? Er wartete Ihre Antwort erst gar nicht ab. Wir haben uns viel hin und her geschrieben, Elise und ich, und sie hat mir immer so Büchertipps gegeben. Das sind die, die ich in den letzten Wochen bei Ihnen gekauft habe. Sie wissen schon, rosa-munde-Pilcher mit Stellen. Ja, also an Fifty Shades of Grey ist nichts auszusetzen. Du glaubst gar nicht, wer die Bücher hier im Ort schon alles gekauft hat. Ja, ist klar, nee? Du, aber jetzt hat Elise für ihren Weihnachtsbesuch so Andeutungen gemacht. So von wegen, dass das ja alles ganz schön beschrieben sei und dass die Leute ja neben der Liebe auch Spaß hätten und dass man ja auch das mal in Angriff nehmen könne und so. So, was meinst du, das hört sich doch nach mehr an als nach so ein bisschen Weihnachtskuscheln, oder? Hm, ja, das klingt tatsächlich noch ein bisschen mehr. Siehst du, und das habe ich mir auch schon gedacht. Und ich will da doch drauf vorbereitet sein. Meine Frau ist ja schon lange tot, Gott hab sie selig. Da bin ich nicht mehr so auf den neuesten Stand nicht. Und in der Apothekenrundschau, da habe ich von so einem Buch gelesen, in dem sich indische Gelehrte schon im dritten Jahrhundert mit der Liebe befasst haben. Aber meinst du sowas wie ein Ratgeber? Äh, komm mal ein bisschen näher ran. Hermine bückte sich wieder über den Verkaufstresen, bis Opa Jan aus Tönning ihr ins Ohr flüstern konnte. Das sind Liebestechniken aus Tausend und eine Nacht. Scherer Saade? Nee, pur. Ich meine, mit Stellen, zum Üben. Vor mehr als 1500 Jahren in Indien geschrieben. So ein richtig dickes Buch soll das gewesen sein. Ach, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das Buch heißt Kamasutra. Genau, genau so war der Titel. Ich meine, gibt's das noch? Ich meine, wenn er schon so alt ist. Habe ich bei dir gar nicht gefunden, oder hast du dafür so einen extra Raum, wo solche Bücher stehen? Du, das findest du auf dem Tisch mit den Weihnachtsbüchern, Hermine grinste Opa Jan aus Tönning an. Ernsthaft? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein. Du, war auch Quatsch. Das habe ich gar nicht da. Aber ich kann es dir bestellen. Du kannst ja mal auf den Bildschirm gucken. Also es gibt viele unterschiedliche Ausgaben, von klein bis groß, mit wenigen oder mit vielen Bildern, gemalt oder mit echten Fotos. Uah, da bin ich jetzt ein bisschen überfordert. Sag mal, Jan, bisher habe ich immer gedacht, Frauen wollen Romane mit Stellen und Männer wollen Stellen mit Romanen. Also du bist da offensichtlich ganz anders. Da wollen wir mal gucken. Willst du jetzt Fotos oder willst du Zeichnungen im Buch? Gibt's davon auch eine Weihnachtsausgabe? Ach nee, die, das gibt's immer. Aber ich kann es dir in Weihnachtspapier mit nackigen Weihnachtsengeln einpacken. Also ich glaube, ich nehme mal lieber das Buch mit den gemalten Bildern. Das findet Elise sicher besser als Fotos mit echtmännern und Frauen. Ja, ich glaube, das könnte sein. Also dann bestelle ich dir jetzt mal die kolorierte Version mit aufklappbaren Motiven, die Schmuckausgabe mit Pop-Up-Bildern in 3D. Das war's ganz Besonderes, Jan. Ja, genau, ist ja auch Weihnachten. Und außerdem kann ich da mit Elise schön vor dem Kamin sitzen und erst mal gucken und reden. Also das Buch ist morgen da. Wie soll ich es dir denn jetzt einpacken? Also am besten so, dass keiner mitbekommt, was ich hier bei dir kaufe. Ich meine, das mit den nackten Engelchen finde ich gut. Das deutet schon mal auf was hin, ohne dass es gleich zu direkt ist. So machen wir das, sagte Hermine und gab die Bestellung auf. Am nächsten Tag holte Opa Jan aus Tönning sein spezielles und spezial verpacktes Liebesbuch ab, steckte es in die Plastiktüte, die er mitgebracht hatte und fuhr mit seinem Traktor nach Hause. Der heilige Abend war gekommen. Elise pünktlich am Bahnhof und nach dem Essen und ein paar Gläschen selbstgemachtem Eierlikör aus Gänseeiern mit Whisky angereichert, wurde es für Elise und Jan so richtig schön. Elise freute sich außerordentlich über das Kamasutra. Beide saßen am Kamin unter dem Tannenbaum, hörten Weihnachtsmusik und blätterten stundenlang in der Kunstausgabe des Liebesbuches mit den bunten Pop-Ups, bevor sie zu Bett gingen. Zwei Wochen nach dem Heiligen Abend zog Elise bei Opa Jan aus Tönning ein und war seitdem gern gesehen im Ort. Und in jedem Advent fährt Opa Jan aus Tönning seitdem mit seinem Traktor zur Buchhandlung von Hermine Olesen und bedankt sich bei ihr für diese ganz besondere Weihnachtsberatung. Und Jan, wie ist mit Elise? Ach Hermine, ist immer noch genauso schön wie an unseren ersten Heiligen Abend.